Musik Im Zuge des Oktoberfestes fand am Brugger Hauptplatz vor kurzem das Maibaumumschneiden statt. Und Tradition gibt es rund um den Maibaum. Ja, der Maibaum ist ja ein Zunftsymbol, steht auch für die Fruchtbarkeit und ist als Dankeschön aufgestellt worden, weil man gebeten hat, teilweise in Regionen für eine gute Ernte, wird im Mai aufgestellt, nur in Brugger ein bisschen später umschnitten im Oktober. Wir haben aber da verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es passiert jetzt ganz erst sehr viel am Brugger Hauptplatz und der Abschluss ist eben immer dieses Maibaumumschneiden. Und wir sind besonders froh, dass die beiden Kulturvereine, die Maderegger und wir Rossegger, das seit über 50 Jahren gemeinsam hier am Brugger Hauptplatz durchführen. Heute bei Traumwetter, Anfang Oktober, was will man mehr? Und Kindertanz, Volksmusik und Erwachsenentanzgruppen und Schuhplattler der Maderegger und Rossegger zeigen ihr Können. Und das ist, glaube ich, eine würdige Herbsteinführung und Sommerausklang hier in Bruggerndamur. Mit Musik und kulinarischen Schmankern wurde gefeiert und die freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruggerndamur sorgte für das sichere Umleben des Maibaumes. Ein Fest für Groß und Klein und bei dem herrlichen Wetter hatten alle ihren Spaß daran. Untertitelung des ZDF, 2020